sehr gut sofort und dann hier oben zur karawane und hier ja das ding ist nicht dabei sind bürmer ich nehme mal 100 ja hier immer die und ich habe 100 treppen und die wandel ich mal um und kannst du dann den rest umwandeln und einfach mitte die in die bombenkiste schmeißen weil dann ist es safe dann haben wir die nämlich schon mal alle umgewandelt weiß nicht gerade was machen soll da ist eine treppe für ein jahr da gibt es da im angebot und kaufen genau und die alle kaufen ja alles fall ja oder war direkt eine treppe neben uns mit nach hause nehmen die bombenkiste packen und da habe ich rausgenommen alles gut wir haben ich habe die die ich brauche ich habe 110 mitgenommen übrigens guck mal es ist jetzt 10 uhr 20 jetzt werden wir eigentlich erst auf dem weg hierher und wir sind schon auf ebene 23 ja da warte ist bloß eigentlich mit am start warte da ist recht alter wo bist du denn warte mein mikro ist noch muted es gab keine leiter ich hatte ein bug recht also bei mir kam keine leiter die roll gesetzt hat da ist keine erschienen bei mir und ich bin jetzt immer noch auf der ebene und habe blöderweise auch keine mitgenommen und bombe mich jetzt hier die ganze zeit durch nach so und weil ich werde angegriffen ich bin auch auf ebene 2 bei mir ist ja wie gesagt keine leiter gekommen ihr seid ins nichts runter weiter aber ja aber dann müsstest du ab den nächsten ebenen die leiter finden eben ja 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 und ich habe mir ich habe da zu wenig nein ich habe eigentlich eine leiter man aber jetzt aber das über zwei gesetzte ja kein problem ja faktor war die video immer dieses vorbeiswischen ja und sonst ist ein Ei weißer turban sind aus dem gehirn ok mal dass man noch die treffen muss die leiter manchmal ist die rechts manchmal sie unten manchmal ist die links wie hau den maulwurf oder sowas damit es ein bisschen interessanter bleibt für dich gerade warte guck mal da ist direkt eine ich habe ein kristallarium bekommen okay los geht schon mal weiter ich mache das iridium hier wo seid ihr jetzt leute 57 bei mir noch dunkler cowboy hut und wir haben schon wir haben es gleich zwei uhr fuck wir sind so spät dran ja das war das hat lange gedauert am anfang alles ne ich glaube so gut in der zeit das war jetzt eher so ein bisschen künstlich stress machen iridium sprengt noch mal umsonst beste machst du schon weiter roll ich nehme hier noch das video mit noch eine frohe wir haben schon drei stück gefunden ja das kann man immer wieder machen naja theoretisch schon kostet ja eine jahre Leute wo seid ihr denn ich klicke nur noch ich bin auf 76 77 78 79 80 80 80 80 80 dass man nicht löcher sprengen kann alter das wäre noch geiler ja einfach nur richtig schnell ich komme runter und werde direkt angegriffen so eine scheiße hier ist wieder eine die treppe so runtergerutscht wie bei so einem 5 war tot und fahren das sollte uns mitnehmen oder oder doof geschissen fühlt sich jetzt mal sagen nicht brauchen wir das nehmen wollen wir nicht haben wir ja nicht mehr weiter als beide war übel baggie erscheine entspannt ich halte ihn uns vom leib und weide 97 98 99 und ein rotes schleim neck so so du hast es also geschafft hey seid gar nicht zu der truhe gekommen ich bin jetzt auf 101 komm näher wie tf wir haben hier ich bin jetzt auf 101 gerade los sei nicht schüchtern okay dann komme ich her bei mir ist hier keine truhe du bist an uns vorbeigelaufen also ich bin mit euch in die leiter gegangen dann war mit einer roten truhe ja da wenig ich habe gehört dass du heute versucht hast tief in diese hülle einzutauchen ich musste das mit den eigenen mit eigenen augen sehen okay beeindruckend sehr beeindruckend es ist gar nicht so einfach bis hierher zu schaffen obwohl du natürlich ein paar ebenen dank deiner treppen übersprungen hast das war schon clever aber nicht sehr ehrenhaft hey trotzdem war es sicherlich eine menge arbeit so viel stein abzubauen und so eine durchhalte kraft ist bewundernswert so jemanden wie dich gibt es ja da ja gut geh jetzt zum tisch und trinke die besondere milch die ich für dich vorbereitet habe die erhöht dein leben dauerhaft um 25 es ist iridium schlangenmilch ein ordentlicher schluck und du wirst noch kräftiger sie schmeckt widerlich und fühlt sich im mund noch schlimmer an was habe ich da getrunken aber damit wird deine gesundheit dauerhaft um 25 erhöht das ist ja geil viel glück da draußen kid kid nice hä warum ist hier keine chest dreist du hast eine lebensabgeordnete kommen aber sei doch nicht so gierig bin ich aber natürlich bin ich das ok ray wick vom server so soll ich achso ihr habt hier ja schon dingens ne trap ja nehm doch die kohle mit aber was braucht man was braucht man denn noch für eine quest wenn man wenn man da zu dem hin will ich dachte man braucht da vorher nix mehr ich dachte man braucht da vorher nix mehr ich dachte man braucht da vorher nix mehr ich muss glaube ich einfach nur nix mehr ich muss einfach nur nix mehr ich muss einfach nur nix mehr das war's ach wegen dem dino ne dem drachen ne genau warte Paul wir können auch doppeln ach ja stimmt 3,2,1 let's go einfach rein da geil so da ist aber wie gesagt das kann übel wagi aus gibt es jetzt noch was zu erreichen wenn man tiefer kommt oder hier ist ein lilaner da ist ja nur edelstand uuuu stimmt achso ne das ist ja echt? ja das ist ja irgendwie kein das ist nicht der fragezeichen genau hier ist noch ein radium und ich meine du seid ja gerade 103 ja ne ja gut 104 4 juhuuu so entschuldigung machst du mir mal bitte keine Randal hier auch schnell ich werde verfolgt ah geil oh nice ich hab neun stück aufgenommen von einem ding voll sehr gut oh ok oh hier ist ganz viel video ah ja dann ist dann mittlerweile ist noch ne schatzkamera die hole ich mir noch eben ach scheiße so ja und hat doch noch ein klasse pass auf dein leben auf ich hab nur gesehen dass er dich gehittert hat der boy geht aber so fragst du was nice oh da ist ein Dino 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 meint übelster Schnetzel und jetzt droppt der Nye ne leider nicht das wäre richtig dreist kack frech wär das das wär ein übelster Doktor Eis ja boah geil wir buddeln bis hier einpennen ne oder wollen wir da raus ne auch was mach mal die Dingstreppe ich geh mal Eisen mit das brauchen wir eigentlich auch noch stimmt oh nein Dinos ich halt die von uns fern und jetzt Dragons Dinos wären schön hui hui wie der nächste hästliche krass hier ist noch ein bisschen dynamite äh hier redio war nicht oh ist überrannt schnell weg schnell weg und kommt schnell weg ich nehme das redio noch mit ja hier ist nix ruhig hab nix mein life is where we live hier ist ne schnecke hier ist ne spirale life be like ich hab eine spirale entdeckt ach ja der übste trash stimmt ja ich hab ne spirale entdeckt ist der Müllfil oh noo es ist ein Tumor hm 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 ach wir fallen ja wir fallen ja ne 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 wir fallen ja jetzt an 10 Sekunden juhu das schaffen wir noch 10 Sekunden warte das schaffen wir noch warte 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 ich steh nochmal auf wir stehen gleich nochmal auf wir stehen gleich nochmal auf ja dann findest du nochmal hell der Bildschirm wieder warte so erster Tag ne im Sommer in einigen Level 9 nice hm oh da ist mit Baby es spielt hier im Schlafzimmer hä ja bei mir läuft das Baby hier rum aber irgendwie kam bei mir gerade nicht diese Animation das neuer Monat ist hm bitte pass auf dass du keinen Hitzeschlag bekommst keine Ahnung stellfallfrucht gegeben ist geil vielen Dank Maru das kann dich sehr gut gebrauchen du hast deine stellfallfrucht gefunden dein Verstand ist voller Gedanken an Dinos deine maximale Energie wurde erhöht ne wie sonst auch ja ja schatz als Zeichen meiner Liebe gib ich dir diese Frucht na süß was sagst du was sagst du das ist ja übelst geil dadurch dass das verdorrt ist ist das ganze Feld noch umgegraben also ok es ist wahrscheinlich noch krass aber aus dem Waste dadurch wird der Waste etwas weniger schlimm das stimmt so ich mach mal hier und hier und dann direkt Feldarbeit war mhm oh ich hab da Platz im Inventory muss ich jetzt nochmal zum Mr. Key hin oder öffne mal den Questlog was da steht ja Moment äh the mysterious key ja inspect the lumber pile beside your house ne ist was anderes ja das ist bei mir da am haus dieses da steht wahrscheinlich jetzt die kiste vor ne äh das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich wie vor dem haus steht die kiste? hier 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 hinter der kiste ist so eine Holzdingens versuch mal wenn du die maus ein bisschen über der kiste hast ob das geht ja geht hä hä dann müssen wir überhaupt nichts machen under piece of wood to found a club card ach geil teams important hä hä muss ich jetzt überhaupt zu dem typ noch hin oder ist das gleich schon die Eintrittskarte für das Casino ne du musst noch auf level 100 ich weiß es musst noch auf level 100 ja aber das muss Elav ja auch also theoretisch wenn Elav die Nachricht auch hat könnt ihr nochmal auf level 100 gehen beziehungsweise wir alle dann können wir noch mal ein bisschen Iridium farmen ja 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 der hat das auch erfolger ich habe jetzt noch ein extra Iridium sprengtler den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht soll ich hier irgendwo hin tun? in die mixed seed kiste ok rechts neben der Bombenkiste müsste die sein mhm da haben wir ja auch sogar noch welche drin ja ich hatte für das Inselparadies auch schon noch welche hergestellt und irgendwie hatten wir dann noch welche über mhm na gut vielleicht sollten wir nicht an der gleichen Stelle hacken, Raymond mhm ja das war es ja schon mhm ja und gießen habe ich nur die Kackgießkanne also ich weiß ja nicht ob ihr bessere Gießkanne habt Leute seid ihr überhaupt seid ihr überhaupt ich habe die Orgium gering weil die Viecher also nur noch hundert Meter bis zu den Viecherts Feldarbeit war es so kurz ja alles gut es ist ja dadurch dass das Feld oben noch ähm noch da war ist das ja echt ein Witz jetzt ja lächerlich ich becher mich weg Barkeeper raus aus und deinen Fassern steckt ich saufs aus falls mich vergessen lässt meine Gedanken sind besessen von ich glaub den Tiger Slime brauchen noch einen Partner das ist so unrealistisch echt mal halt ja das stimmt man weiß doch dass Slime sexuell vermehren ist doch normal ja weiß man doch ist doch im richtigen Leben auch so oder nicht naja es gibt Spezies die können das ja ich mein bei Schleims im richtigen Leben ist es auch so ja also die haben da halt schon alles so verfügbar ne also ich sag ja mit Besammung kenne ich mich ja ja mit Bruder kenne ich mich aus mit Bruder mit Bruder kenne ich mich gut aus das nicht mit doppelt Hei 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 Pludo mit Hoi Hoi Pludo mit Amit Römer Untertitelung. BR 2018